Wir arbeiten in der computergestützten Materialforschung und entwickeln neue Werkstoffe für die Zukunft und versuchen Prozesse zu optimieren. Wir haben mal begonnen mit metallischen Legierungen und Gießprozessen in der Herstellung. Mittlerweile in den letzten zehn Jahren hat sich unsere Methodik sehr stark verbreitert, sodass wir inzwischen einen ganzen Blumenstrauß aus verschiedenen Anwendungen betrachten können. Das Wesentliche der Forschung ist, dass man mit Höchstleistungsrechnern die Materialmodelle lösen kann und somit große Ausschnitte einer Mikrostruktur auflösen kann, um dann daraus statistische Aussagen zu treffen, was man am Werkstoff verbessern kann oder was man auch an dem Herstellungsprozess beziehungsweise Weiterbearbeitungsprozess verbessern kann. Aus meiner Sicht bewegt sich die computergestützte Materialforschung weiterhin in die Richtung Multiphysik, Multiskalenmodellierung und dann wird der Einsatz von Höchstleistungsrechnern immer bedeutender, um diese Komplexität der Modelle dann zu lösen.